Ich bin Doros Stengelin. Gegenwärtig bin ich tätig einerseits als Dozent am SBT und andererseits zu 50% in der Gemeinde für Christus als Lehrpastor. Außerdem habe ich ein paar ehrenamtliche Mandate, unter anderem als Berater von Fontys Verlag Basel und als Präsident von Wycliffe Schweiz. Das hat mit meiner früheren Tätigkeit zu tun. Ich habe über mehrere Jahre die Revision der Bibelübersetzung Hoffnung für alle geleitet. Ich bin gerne hier am SBT, freue mich an der Arbeit zusammen mit den Studierenden. Und es ist für mich ein ganz großes Privileg, in ihnen die Liebe zu Gottes Wort zu wecken und ihnen Rüstzeug mit auf den Weg zu geben, um in Gottes Wort in die Tiefe zu graben. Mein ganz persönlicher Ratschlag an die Studierenden, lest die Bibel, aber es ist trotzdem eben unmöglich, auch nur ein Wort von der Bibel zu verstehen, ohne die Entscheidung auch danach zu leben. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.